Nässe oder weißt du? Zehn Leute vom Knie. Ein bisschen nass. Nein, das ist jetzt gerade ein Video. Bitte alle recht freundlich schauen. Wir befinden sich da gerade im Kindergarten von Adlwang in Oberösterreich. Da haben wir ein paar fleißige Helfer, die was dann einfach in den Brotpack oben bauen. Da haben wir nur zweite Gruppen, die was mischen. Die machen gerade die Zirgel. Und da wird der Brotpackofen gebaut. Brotpackofen mit Kamin und Dill. Luxusvariante. Wir werden wahrscheinlich noch circa eine Stunde arbeiten und dann wird er fertig sein. Optimist. Hey, optimistisch muss man immer sein. Gehen wir noch zurück, dass wir noch ein bisschen... Gehen wir noch zurück, dass wir noch ein bisschen... Dann haben wir den Überblick zu den Arbeitsgruppen. Ja. Da gibt es noch einen größeren Pfeil. Ja, wir werden den Backen auf das aufgerissen. das ist ein bisschen ein bisschen. Es wird ein bisschen reinkommen. Ich bin dieses Pfeil und sagen, Vielen Dank.